Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda Breath of the Wild weiter und wir betreten direkt diesen Schrein, dessen Zugang wir uns das letzte Mal erkämpft haben. Erkämpft haben, mit einem simplen Pfeilschuss, aber egal. Jo, und dann gucken wir mal, was hier so abgeht und dann holen wir uns ein weiteres Zeichen der Bewährung ab. Yay, so ist der Plan. Aber eventuell stehe ich ja jetzt gleich hier vor einem schier undlösbaren Rätsel. Wer weiß das schon so genau? Sieht in jedem Fall schon mal kompliziert aus. Willkommen Pilger, mein Name ist Semrat. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Der richtige Zeitpunkt, der Semrat Schrein. Ich meine, ja, könnte doch passieren, oder? Dass ich über kurz oder lang mal auf einen Tempel stoße, bei dem ich wirklich an meine Grenzen stoße. Und bei dem ich dann eben nicht mehr weiß, was ich tatsächlich machen muss. Und für den Moment kann ich mich in jedem Fall hier wunderbar umgucken. Ich wundere mich, dass hier unten Wasser ist. Ich sehe, dass dort ein Schalter ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Schalter jetzt einfach mit einem Pfeilschuss betätigen sollte. Aber vielleicht sollte ich mich auch erst mal umgucken und schauen, was mit diesem Rad hier ist. Das Ding bewegt sich jetzt ganz schön weit. Das könnte jetzt gleich sehr wehtun. Achso, nee. Das bewegt sich ja jetzt unaufhaltsam. Nee, es hat sich jetzt... Nee, was heißt unaufhaltsam? Es hat sich jetzt einmal rundherum bewegt. Und der Wasserspiegel steigt an. Und das ist jetzt wichtig, weil... Weiß man noch nicht. Hm. Verstehe ich noch nicht. Aber ist okay. Gut, wir haben jetzt hier Wasser. Wasser ist gut. Wasser ist der Quell allen Lebens. Wasser ist... Ja, Wasser kann man immer mal wieder gebrauchen. Wasser wird in einigen Restaurants zu überteuerten Preisen angeboten. Auch wenn es nur frisch aus der Leitung gezapft wird. Ja. Irgendwie so... Äh... Aha. Und jetzt? Jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher. Sollte ich jetzt eigentlich... Da ist übrigens die Truhe. Wo kommt man denn in diese wunderbare Truhe ran? Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Moment. Ich möchte ganz kurz... Ganz kurz mal so entlang gehen. Ja. Nee, Moment. Kommt man... Man kommt gar nicht von dieser Seite aus da heran. Was wollen die hier von einem? Aber der Wasserpegel muss trotzdem oben sein. Weil ansonsten... Hm. Ich bin fasziniert. Irgendwie. Kann ich denn das Ding da hinten... Nee, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich könnte das hier anhalten. Was bringt denn das? Ah, dann geht der Laser nicht mehr. Der richtige... Also in meinem Kopf spielen sich jetzt gerade die schönsten Szenarien ab. Wie man das Ganze hier verhältnismäßig... Äh... Wie man sich das Ganze hier vielleicht sogar ein bisschen... Also entweder sehr einfach oder sehr schwer machen könnte. Ich bin mir... Ich bin mir... Obst oder... Selbst ist noch nicht ganz sicher, in welche Richtung ich das Ganze treiben möchte. Also... Fakt ist doch... Dass ich hier... Wie genau... Wie genau funktioniert dieser Mechanismus? Moment. Kann ich eigentlich von hier aus mit dem Stasenmodul noch arbeiten? Ja, kann ich. Wenn ich das Ding aber weiter bewege... Moment. Geht der Laser jetzt im nächsten Moment direkt... Ja, er geht tatsächlich direkt wieder weiter und los. Hupsala. Vielleicht war das jetzt nicht so klug. Vielleicht war das jetzt nicht so klug. Vielleicht war das jetzt nicht so klug. Vielleicht... Uh, schaffst du es gerade noch so. Dankeschön. So. Und bitte. Würf! Ne, lege das Fass genau hier ab. Und öffne damit die Tür. So. Und jetzt? Ja, genau. Jetzt hast du nämlich das Problem, dass du nicht mehr in die Truhe rankommst. Arschkarte. Ähm. Wobei? Ne, das ist ja fies. Jetzt kann man ja nicht mal mit Pfeil und Bogen hier arbeiten. Also könnte man bestimmt schon. Aber der Winkel ist extrem bescheid. Oh, da hinten ist ja noch... Warum ist da hinten noch eine Truhe? Ah! Zu viel, was man im ersten Moment nicht sieht. Scheiße. Jetzt darf ich den ganzen Quatsch gleich nochmal machen. Gut. Ich frage mich jetzt nur... Ich frage mich jetzt nur... Hm. Irgendwie ist das Ganze unnötig kompliziert. Ein Opal. Okay, das ist nett. Weil... Weil, weil, weil... Achso, kann ich eigentlich... Moment, Moment, Moment. Wenn hier sowieso die ganze Zeit Wasser ist. Schaffe ich es dann... Auf die Art und Weise hier hoch? Ne, schaffe ich nicht. Ist dann zu hoch. Okay, das ist interessant. So. Oh. Also. Beginnen wir wieder von vorne. Ähm... Hm. Ich möchte jetzt mal folgendes tun. Einfach so machen. Blups. So. Das Wasser steckt wieder an. Problem ist jetzt allerdings in diesem Moment... Das Wasser ist zwar angestiegen... Ja, genau. Aber die Tür ist jetzt halt wieder zu. Richtig. Genau deswegen. Okay, alles klar. Aber eigentlich... Oh. Von hier aus sieht man den ja echt nicht. Das ist ja doof. Blups. Ganz vergessen. Okay. Okay, okay, okay. Moment, Moment, Moment. Wie, wie? Wie kriege ich das denn hin? Wie zum Geier kriege ich das denn hin? Weil eigentlich... Wäre es ja jetzt gut... Wenn ich dafür sorgen könnte... Dass sich das Ding hier... Permanent dreht oder so. Kann ich hier mit einer Bombe arbeiten? Ne. Tut sich jedenfalls nix. Ich könnte aber... Ich kann ja auch immer nur eine Bombe. Das ist ja doof. Okay, 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 okay. Weil... Also in meiner... In meiner Gedankenwelt... Ähm... Könnte ich theoretisch... mir eine Rückversicherung bauen... Wenn ich... Wenn ich... Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kann ich die... Ich möchte... Ich möchte bitte hier eine Bombe platzieren... Oh, guck mal. Holzpfeil, Holzpfeil. So schlecht sind die ja gar nicht geflogen. Ich möchte... Ich möchte... Hier bitte... Eine Bombe platzieren... Wenn ich jetzt wieder das wechsle... Die Bombe bleibt trotzdem dort liegen. Okay. So. Damit kann ich den Schalter dann nämlich wieder betätigen. Und jetzt? Ja, dann ist es jetzt nämlich simpel. Weil jetzt muss ich dann einfach nur das wieder machen, was ich eben gerade schon gemacht habe. Okay. Cool. Also. Dann lege ich mir jetzt hier schon mal... Meine Route zurecht. Damit ich hier so irgendwie rüberkomme. Zack, zack. Und zack. So. Oh, das ist ja... Ein Heidewitzker, was man hier jetzt alles gleichzeitig gebrauchen kann. Das ist ja schön. Alles klar. Gut. Dann als nächstes... Äh... Ne, muss ich das überhaupt mit Stase? Ich bin mir unsicher. Ich mach's einfach mal. So. Okay. So. Du bewegst dich jetzt. Du bewegst dich jetzt. Du bewegst dich jetzt. Und ich... Mach so. Mach so. Mach so. Ich schwebe hier herüber. Der Laser geht wieder an. Ja, genau. Er macht die Eissäulen kaputt. So. Der Wasserstand senkt sich wieder. Das Fass landet auf dem Schalter. Und... Wenn ich jetzt mit meiner Vermutung richtig liege... Kann ich jetzt... So machen. Der Schalter wird wieder aktiviert. Das Wasser steigt wieder an. Und ich komm an meine Truhe. War das jetzt so richtig? Muss man das so machen? Kann man das so machen? Darf man das so machen? Also darf... Ja. Aber vielleicht... Vielleicht hab ich es mir gerade unnötig kompliziert gemacht. Wahrscheinlich hätte ich das mit einem Stasis einfach nicht gebraucht. Und dafür gibt es nur einen großen Bumerang. Okay, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Geradezu ein bisschen unterwältigt. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich meine, der große Bumerang ist okay. Weil der macht ganz gut Schaden. Aber... Äh... Ach, ist okay. Gut. Dann... Lass dir halt liegen. Deine helle Barde. Und... Hallo, großer Bumerang! Ich wähle dich. Dann kämpfe ich halt jetzt ein bisschen damit. So. Habe ich jetzt eigentlich... Ja. Truhe. So. Bam. Schreien gelöst. Das war fast schon ein bisschen Arbeit. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Der spielt nur mit drei Ringen rum. Die aber trotzdem sehr kunstvoll hält. Das muss man ihm durchaus lassen. Schön. Danke für dieses wunderbare Zeichen der Bewährung. Blups. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ich glaube, das war jetzt mein 30. Schrein. Das bedeutet, ich bin... Ja, mit einem Viertel der Schreine durch. Also, jetzt kommen noch 90 andere. Die ich so nach und nach dann irgendwie mal besuchen müsste, aber... Na gut. Oh, und es ist... Es ist spät geworden im Lande. Im Lande Hyrule. Dü, 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 dü. Oh. Da hinten, das sieht sehr nach Leuchtstein aus. Da möchte ich irgendwie gerne hin. Deswegen gehe ich da auch gleich gerne hin. Und was hast du denn da für einen hübschen Bogen? Kann ich diesen hübschen Bogen vielleicht mal haben? Zeige ihn mir. Stachelbockbogen. Hey, warum habe ich jetzt schon wieder... Ernsthaft? Was? Ach, lass es gut sein, Kollege. Lass es einfach gut sein. Ja, dann kann ich ja wohl den ollen Holzbogen loswerden. Soldatenbogen, Stachelbockbogen. Okay, die hatte ich. Hatte ich dann tatsächlich alles schon? Habe ich einen Holzbogen wirklich schon? Den hatte ich noch gar nicht fotografiert. Ich lumpig. Okay, so. Äh, was? Was war das? Das hört sich gerade ein bisschen seltsam an. Aber egal. Schaffe ich es auf die andere Seite? Doch, das schaffst du, Link, oder? Außer es kommt jetzt gleich ein sehr, sehr großer Fisch, der einmal Haps macht. Könnte sein, dass ich es mit meiner zusätzlichen Ausdauer... Das sah jetzt gerade sehr komisch aus. Könnte sein, dass ich es jetzt nur wegen meiner zusätzlichen Ausdauer schaffe. Weil ist das nicht dieser Fluss, von dem die Rede war? Dass man den normalerweise nicht überqueren kann? Das hat doch irgendeiner mal angedeutet. Das sieht übrigens... Sehr intre... 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 Sand aus. Wollte ich sagen? Ja. Du wolltest mich gerade mit dem Schädel deines Kollegen hauen. Das ist irgendwie doof. Lups. So. Ist jetzt hier Ruhe im Karton? Ruhe im Karton. Starke extra Lanze. Ja. Auch dich könnte ich gerne nehmen. Könnte ich. Aber ich habe schon genug Kram. Leider. Ach, es ist schon wieder alles voll. Mein gesamtes Inventar. Dabei will ich doch nur hier hinten hin. So, das sieht total interessant aus. Dieser Canyon. Dahinten ist auch schon wieder ein Turm. Und da in der Ferne habe ich auch schon wieder so ein... Oblenlager oder sowas in der Art. Das ist spät. Aber ich denke mal... Da wir ja jetzt schon mittlerweile zwei... Furchtbar netten Zoras begegnet sind... Da würde ich auch ganz gerne erstmal... Ja, dem Wink des Schicksals folgen. Und den Zora-Prinzen aufsuchen wollen. Vielleicht hat er ja irgendwas Interessantes zu erzählen oder so. Irgendeinen Grund wird es ja haben. Dass er auf der Suche nach einem Hyliana ist. Vielleicht kann ich ihm da ja auch wunderprächtige Art und Weise irgendwie... Irgendwie helfen. Leuchtstein, Leuchtstein, Leuchtstein... Leuchtstein, tralalalala... Das gibt Fettkohle. Das ist wunderbar. So, okay. Also, auf Richtung Turm. Mit kleinem Umweg zu... Ja, zu diesen Gebilden. Weil das sieht sehr nach weiteren Boppeln lagern und so aus. Wobei... Wir bleiben gleichzeitig mal auf dieser Seite des... Oder? Ja, auf dieser Seite des Flusses. Jetzt extra nur wegen denen da so rüber... Rüberschwimmen. Muss jetzt auch nicht unbedingt... Bin ja schon auf der richtigen Seite. Ich will ja eigentlich auch zum Turm. Mein Gott, was ist denn... Wie viele von euch sind denn hier bitte schön am Strand gestorben? Und das hier alle Nase lang auf die Überbleibsel stoße. Da steht ein Wandersmann. Warum steht dort ein Wandersmann? Hm. Entweder ist das ein Feind... Oder... Ein sehr, sehr armer Kerl, der sich sehr, sehr arg verlaufen hat. Äh... In jedem Fall sagen wir ihm gleich mal guten Tag. Und sammeln noch diese Krabbe ein. Hö, Ausdauerkrabe. Komm her. Hi. Wer bist du? Kaufen sie, kaufen sie. Okay. Treten sie näher und kaufen sie. Bewundern sie diese Prachtexemplare von... Bananen. Ah, nein. Steck das weg. Steck das weg. Äh. Gelb wie die Sonne. Geschält weiß wie Schnee. Ein Geschmack wie im Traum. Treten sie näher und kaufen sie. Immer her damit. Oh. Diese Bananen sind mein ganzer Stolz. 99 Schwertbananen... Für... 99 Rubine? Nimm so viele wie du willst. Äh... Nein, lieber nicht. Süße, leckere Bananen. Treten sie näher und kaufen sie. Nein. Dann kommen sie hoffentlich ein andermal wieder. Oder auch nicht. Ist mir völlig Banane. Aus dir mache ich Bananensplit. Ja, ja. Ich weiß schon. Dein Name war Reisender. Das war sehr verdächtig. Und... Tchaka. Oh. Okay. Ach. Ja. Das ist nicht die optimalste Waffe, die ich jetzt dafür habe. Aber... Verdammt. Aber... Ich kriege dich doch eigentlich trotzdem platt. Du, komm nur her. Ja. Äh. Gerudo-Kriegerin. Äh. Ich liefere mir gerade... Ein Kampf auf Leben und Tod. Eventuell ist sie auch aufgefallen. Bam. Okay. Kopfsammler. Kann ich nicht einsammeln. Zumindest hat er tatsächlich Bananen fallen lassen. Ich dachte, das wäre schon komplette Lug und Trug gewesen. Aber nein. Äh. Will ich einen Kopfsammler haben? Eigentlich nicht. Meine Waffen sind stark genug. So. Oh, was ist das denn? Ernsthaft? Was war das? Was ist da eben vom Himmel runtergekommen? Und warum ist da jetzt auf einmal so eine Säule... Oh, scheiße. Da will ich hin. Safsaba. Ich bin Karsha vom Stamm der Gerudo. Merke dir meinen Namen. In Gerudo-Stadt gilt das Gesetz, dass nur uns Wai den Einlass gewährt. Das hat sein Gutes. Aber um seine Horizonte zu erweitern, muss man die Stadt verlassen. Okay. In Gerudo-Stadt dürfen sich nur Wai aufhalten. Deshalb verlassen wir irgendwann die Stadt und gehen auf Reisen. Gut. Ja, dann noch Tschüssikowski. Da hinten ist was vom Himmel. Also das... Das muss ich mir angucken. Das muss ich... Das muss ich eindeutig... Ich muss... Das ist... Warum ist das so weit entfernt? Warum ist das so verdammt weit entfernt? Vor allem... Ha. Wie komme ich hier gescheit hin? Da ist es ja... Da bin ich ja wieder... Ja, bin ich ja wieder fast in Kakariko. Wenn ich mir das angucken möchte. Verdammt. Aber ich will wissen, was da runtergekommen ist. Das war ein Sternschnuppe oder irgendwie sowas in der Art. Ah. Warum ist hier eigentlich ein Schrein in der Nähe? Wo ist er vor allem in der Nähe? Scheint in der Richtung zu sein. Oh, was ist das denn? Also hier sind ja alle möglichen Völker unterwegs. Okay. Mal davon abgesehen, dass da ein Typ halt... Ein ganz normaler Jäger-Heini war oder so. Aber... Na Abend. Ich bin Bolden. Fremdenverkehrsbeauftragter von Gronja. Möchtest du einen Reisetipp von mir haben? Der Pfad zum Todesberg liegt im Norden. Bloß ist es da so heiß, dass alle Nicht-Goronen Feuer fangen. Und deshalb erfreut sich dieses schöne Reiseziel leider keiner großen Beliebtheit. Schade drum, wenn du mich fragst. Okay. Der Kletterpfad zum Todesberg liegt im Norden. Auf dem ist es aber so heiß, dass alle Nicht-Goronen anfangen zu brennen. Gut zu wissen. Äh, ja. Schön. Gucken wir uns dann irgendwann bei Zeiten an. Was ist das hier? Ich hab das hier für ein... Todeslager gehalten. Oh, du da. So warte doch. Hä? Aber du... Hier, hier drüben. Hi. Wie viele von euch sind noch hier unterwegs? Sag mal. Oh. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Taka und ich bin ein Zora. Du bist ein Hylianer, oder? Bist du doch, oder? Ja, das bist du. Du bist unsere Rettung. Sidon, der Prinz der Zoras, sucht schon seit Tagen händeringend nach einem Hylianer. Er müsste gerade irgendwo bei der Ingo-Go-Brücke sein. Du musst sofort zu ihm. Halt, halt, verzeih. Ich kann dich natürlich nicht zwingen. Dann wiederum... Vielleicht sollte ich dich zwingen. Ich tue es. Ich zwinge dich. Geh zum Prinzen. Sofort. Äh, Prinz Sidon befindet sich da hinten. Bei der Ingo-Go-Brücke. Folge dem Zora-Fluss stromaufwärts. Dann solltest du ihn finden. Okay. Hylianer, ich verlasse mich auf dich. Gut. Okay. Ich werde mich schon drum kümmern. Keine Sorge. Cheerio und so. Hier ist erstaunlich wenig los. Dafür, dass das alles so kunstvoll hier aufgebaut wurde. Was ist das hier? Ganz ernsthaft. Ja, gut. Da ist halt mal ein Exile-Fluss. Dö-dö. Dö-dö. Ja, ist ja gut. Hör auf zu... Zu tröten. Ist ja... Nervtötend ist das. So. Ups, oder? Du hast... Irgendwas fallen gelassen. Ja. Dich machen wir mal... So... So. Kaputt. Da ist eine Truhe. Ähm... Truhe. Verdammt. Es sind schon wieder überall zu viele Dinge, Dinge, die ich am liebsten haben und untersuchen möchte. Wow. Hey. Die Truhe hat es immer noch hier rauf geschafft. Also, egal. So. Ein kleiner, netter Opal. Ähm... Ich frage mich halt, ob es was bringt, wenn ich mich hier mit allen anlege. Ob hier irgendwo... Ob hier irgendwo eine wunderbare Truhe ist. Oder... Halt nicht. Ich fürchte fast... Ich fürchte fast nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hui. Plups. Och, die schnockt die Ballons. So. Und? Ah. Tentakel. Tentakel, Tentakel. Ah. Schau mal. Ja, guck. Hier ist auch noch einer. Der legt sich einfach mal so schlafen. Plups. Meine Rüstung ist echt toll. Ich war die ganze Zeit mit mir überlegen, ob ich sie vielleicht mal ablegen sollte. Aber... Nö. Das Schleichen macht eigentlich fast zu viel Spaß. Man hat so einen unsagbaren Vorteil. Ich meine, klar. Im richtigen Kampf ist das Ganze vermutlich eher nicht so geil. Weil man dann eben nicht so gut geschützt ist. Aber so für diese Wald- und Wiesengefechte ist das... ...ist das eigentlich ziemlich, ziemlich gut. So. Was möchte ich jetzt als nächstes? Können natürlich auch ein bisschen... Oh, ein kleiner süßer Apfel. Ah, Apfel. Ups. Der ist ja nur dem ollen Apfel hinterher getaucht. Und... ...schnappte sich im nächsten Moment noch die Sachen, die hier durch die Gegend treiben. Ach, na komm. Schnappen wir sie uns. Äh... Wer weiß, wofür sie jetzt und auf Dauer noch gut sein mögen. Dupdi-dupdi-dup. Die Lichtsäule ist auch immer noch da. Also irgendwie ist das sehr verheißungsvoll, finde ich. Dass das die ganze Zeit auch noch so zu sehen ist und so. Die Frage ist nur, wie komme ich dort oben jetzt wieder gescheit hin? Von dieser Seite des... ...Flusses aus. Weil ich schaffe es doch bestimmt nicht, da jetzt wieder gescheit hochzuklettern. Fürchte ich. Fürchte ich gar sehr. Ich frage mich vor allem... Oh. Ist sie jetzt weg? Es könnte sein, dass sie jetzt weg ist. Oh. Hi, Hinox. Andererseits, ich hatte mir ja die Markierung gesetzt. Also eigentlich würde ich es schon wiederfinden. Aber es kann natürlich auch sein, dass es nur so lange da ist, wie der Lichtstrahl tatsächlich da zu sehen ist. Ach, was alles ein bisschen... Alles ein bisschen doof. Okay, so, Hinox. Ja, äh... Wer... Wer hätte es gedacht? So. Zorak-Großschwert. Zeig mir, was du kannst. Okay. Habe ich ein bisschen Schaden verursacht? Oh, ein bisschen Schaden habe ich verursacht. Absala. Uhuhuhuhuhu. Okay. Verdammt. Äh... Verdammt. So. Okay. Und... Komm. Herr, ja. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit ein aufgeladene Angriff wagen. Hat aber nicht so... Hundertprozentig funktioniert. Oh, ein Holzbündel. Schön, dass es hier so herumlauht. Ups. Ey, komm. Das war doch eigentlich... In meiner Welt war das ein Treffer. Oh, ein Apfel. Ne, ein Eichel. Uhuhu. Ups. Ey. Uhuhuhu. Wow. Okay, da habe ich jetzt absolut nicht aufgepasst. Danke. Für diese Fee. Ach, du Himmel. Das wäre jetzt das allererste Mal gewesen, dass mich so ein Hinox rumgelegt hätte. Und da noch ein ganz normaler. Nicht mal irgendwie ein großer Besonderer oder so. Uhuhu. Was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Du, du Freizeitheld. Njuhu. Ups. So. Und. Tschüssikowski, Kollege. Wow. Das war echt doof. Das war richtig, richtig doof. Aber ist ja dann nochmal gut gegangen. So. Irgendwas Neues dabei. Reiseschwert. Reisebogen. Soldaten. Zweihänder. Sieht irgendwie nicht so aus. Schade aber auch. Wenn man das alles hier schon sein Eigen nennt. Äh. Ja. Dementsprechend lohnt es sich vermutlich auch nicht. Stachelbockbogen kann ich mal kurz wegwerfen. Gegen Reisebogen. Ne. Nützt absolut rein gar nichts der Reisebogen. Ist ja noch viel. Ist ja noch viel schwächer. Das ist ja irgendwie alles total unnötig. Gut. Soll es noch irgendwas hier los? Soll es sich die ganze Zeit so an, als wäre hier irgendwas. Irgendetwas, was pulsiert. Oder irgendeine besondere Energie, die hier von irgendwas ausgeht. Aber nö. Das bilde ich mir scheinbar ein. Das war wirklich nur ein Wald und Wiesen Hinox. Der keine größere, gröbere Bewandtnis hat. Ja. Wir gehen dann trotzdem erstmal so ein ganz klein bisschen weiter. Ich bin auf vollkommen falsche Seite für den Turm. Natürlich. Ich versuche... Ich versuche mich lose hier so ein bisschen umzugucken. Ups. Blutlibelle. Ähm. In der Hoffnung, dass ich vielleicht doch nochmal eine Möglichkeit habe, hier jetzt gescheit eben auf die andere Seite rüber zu kommen. Ich meine, könnte ja sein, dass ich auf die Art und Weise dann doch nochmal diesem Meteor oder so auf die Schliche kommen könnte. Aber... Ja, guckt euch das an. Das ist doch alles viel zu doof. Natürlich könnte ich irgendwie bestimmt dort hochklettern. Insbesondere zum Beispiel auch dieser Punkt wäre einigermaßen dafür geeignet. Aber, ja, ich müsste erstmal da rüber schwimmen und... Ha. Das wird ja hoffentlich nicht die letzte Sternschnuppe gewesen sein. Das wird ja hoffentlich nicht die letzte Sternschnuppe gewesen sein, die ich jemals in meinem Abenteuer... Oh. Wo habe ich den Stein hingeworfen? Steinchen? Steinchen! Kam mir doch gleich komisch vor. Dass da nichts erschienen ist. Dupsdi-Dupsdi-Dupsdi-Dups. Oh, mein kleiner Stein. Ich lege dich hier ab. Das finde ich gar fein. Ui, du hast mich entdeckt. Ja. Tschüssi. Tschüssi, kleiner Krok. Okay. Ja, gut, dann... Dann gehe ich halt mal wieder, ne? Und zwar dort herüber. Ich habe die Markierung ja gesetzt. Wenn ich irgendwann mal wieder Richtung Kakariko bin... oder so, ich kann ja nochmal gucken gehen. Wahrscheinlich wird es zu dem Zeitpunkt dann sowieso wieder weg sein. Und ich werde mich fragen... Ja, wahrscheinlich... Wenn ich dann tatsächlich mal dazu komme, mich da umzugucken... Dann werde ich mich fragen, warum auch immer ich die Markierung da hingesetzt habe. Weil das wird dann erst in 100 Parts oder so der Fall sein. Und dann werde ich mich sowieso nicht mehr daran erinnern können. Aber ist ja auch egal. Ups. Okay. Ja, das war jetzt... Das war semi-intelligent. Weil die Waffe natürlich viel zu schwach war. Ist ja egal. So. Ups, die Dubs. Äh, was? Oh. Wo kamt ihr denn jetzt auf einmal her? Die drei Blobs von der Tankstelle. Äh. Blobs, blobs. Ah. Schön viel Schlangele. Schön schön viel Schlangele. Das ist wirklich schön. Wolf von Rüstungsausbau hatte ich ja so ein bisschen... ...so ein bisschen nehmen müssen. Und was patrouilliert der hier so? Freudig erregt in der Gegend herum. Und was ist das hier für eine kleine Hütte? Hallo, wer bist du denn? Ups. 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 So. Was ist das hier? Ach so. Sagt irgendwie komisch aus. Äh. Uh, 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 uh. Jede Menge Pilze, 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 Pilze. Und... Ja, ich werde mich... ...werde mich schon noch überall gleich hier richtig umgucken. Wo wurde es ein... ...ein sehr großes Fass und... ...mit dir hatte ich noch nicht gesprochen, oder? Oh. Oh, du. Der vierte Zora. Mittlerweile. Warte mal. Warte, warte. Ja, bei Strömen im Regen, da warte ich doch gerne. Waa. Ein Hylianer, ein Hylianer. Ja, du... ...du bist doch ein Hylianer, oder nicht? Ich bin ein Hylianer. Wusste ich's doch. Und da musst du ganz schnell zu unserem Prinzen Sidon gehen. Hm. Er ist am Zora-Fluss, bei der Ingo-Go-Brücke. Bitte hör dir an, was er zu sagen hat. Das ist sicher alles sehr plötzlich für dich, aber... ...du wirst verstehen, was los ist, wenn du dort bist. Bitte geh. Okay. Klingt wie ein Job, den ich auch tatsächlich erfüllen kann. Oh, ich könnte hier ein bisschen... ...ein bisschen kochen. Wenn mir der Sinn danach stünde. Für irgendetwas muss diese Ruine hier aber auch gut sein. Ja. Na gut. Ich würde sagen, nächstes größeres Ziel, was ich in Angriff nehme, ist dieser Turm. Dieses Ziel werden wir dann aber erst beim nächsten Mal Angriff nehmen, wenn's weitergeht mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich sag jetzt für den Moment aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald. ... Ich soll nicht. Ja. Ich soll ja vielesimal sein. Ich soll nicht.